Gut, und wir sind da stehen geblieben beim letzten Stream, beim großen Halloween Stream, habe ich hier aufgehört, wo wir den ersten Boss besiegen wollten. Da machen wir heute weiter. Wir versuchen heute die Heuschrecke zu besiegen. Das ist heute unsere Mission. Da hinten steht auch schon der Peter. Ja, ich werde jetzt hier erstmal reinfinden müssen. Erst mal die Kollegen hier besiegen. Ja gut. Ich nutze hier gerade nochmal den Safepoint. Da wird auch der Spiegel speichert, aber da kriege ich erstmal Aufheilung. Gut. Dann warmen wir uns nochmal. Die haben wir auch schon angesammelt. Haben wir. Den Kräenschädel. Gut, na dann. Versuchen wir es mal. Mal schauen, wie oft, wie selten, ganz schön, mal rollen dann wird das. Wie oft wir hier noch fehlen werden. Wie ging das mit dem Rollen nochmal gleich? So ging das mit dem Rollen. Ja gut, das ist jetzt hier schon mal. Jetzt muss ich auch noch den Kollegen treffen hier. So, hier. Und jetzt heißt es rollen. Sehr richtig. Okay, den haben wir getroffen. Jetzt müssen wir noch irgendwie Skelette bestehen. Chaotisch hier. Versuchen wir uns nicht zu treffen, zu oft zu treffen lassen. Ach, verdammt. Sorry, das ist jetzt hier ein bisschen schlechter moderierer. Ist gleich sehr viel Action zu Beginn. Ach, jetzt habe ich schon verkackt hier. Na komm. Und jetzt zurück und... Sehr gut. Den müssen wir aber schlecht dreimal treffen. Sehr gut. Da kommen die Skelette. Na komm. Na komm. Sehr gut. Nein, 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 nein. Verdammt. Na komm, das kann ich doch hinkriegen. das sah nicht so gut aus aber wir haben es trotzdem geschafft das war nicht das war nicht so gut Jack ist jetzt perfekt an seinem neuen Vessel. Der Olle führt ihn zu den Mauten in der Distanz. Wir sind am Herzen des Mautens. Durch ein Netzwerk von ähnlichen Minden liegt ein wundervolles Geheimnis. Jetzt gilt es erstmal wieder Krähenstäbe suchen. Gegen den Erkunden. Und hier mal mit der neuen Waffe, die wir bekommen haben. Das ist noch hier eine nahe neue Waffe. Da werden wir jetzt hier mal neue Monster bekämpfen. Alles zerstören und alles kaputt machen. Da gibt es noch Energiepunkte für. Schade. Inventar öffnen mit Tab. Aha, wir haben ein Inventar. Achso. Cool, jetzt können wir hier die... Jetzt können wir zwischen Schaufel und zwischen... Dingens wählen. Interessant. Dann gehe ich erstmal mit der Schaufel weiter. Ich denke, das wird hier die beste Idee sein. Erstmal mit der Schaufel das Level zu abgründen. Jetzt setzt hier mal wieder alles in Brand. Typisch. Die ganze müsste hier wieder in Brand setzen. Typisch Steck. War das ein Fürst 2? Nee, das war kein Fürst 2, weil ich im letzten Stream ja schon mal... Ich habe ja schon vier Anläufe gebraucht, deswegen... Ich bin gespannt. 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 erstmal die Schaufel. Zum Zerstören von Gegenständen hier ist die Schaufel, die war für meine Wahl. Solche Dinge können wir auch mit der Crea ausschalten. Das ist gar nicht die Ursache. Wenn es dann wieder mit Monstern vorangeht, dann können wir wieder einen Sperr nehmen. Wenn das jetzt schon eine zweitliebste Waffe ist, dann würde ich ja gar nicht wissen, was da noch für Waffen kommen. Wenn man die schon jetzt kriegt, die erste Waffe, die man geschenkt kriegt. Na, die zweite. Und dann schon die zweitbeste. Na ja, ihr wisst, was ich meine. So, ich muss weiter nach Krähen suchen. Nach Krähen-Schnebeln. Vielleicht befinden sich auch das ein oder andere hier den Thron, die ich zerstören muss. Ich glaube zwar nicht dran, aber möglich wäre es. Ich habe noch keinen Krähen-Schnebeln gesehen. Wenn ihr welcher seht, die ich jetzt hier übersehe, schreibt es in den Chat. Ach, da kommt noch einiges Cooles. Freue dich schon mal auf die nächsten Level. Ich freue mich drauf. Worauf ich mich nicht freue, ist, dass es der End-Boss-Kampf hat mir Moly-Schnebeln erzählt. Der Hexer. Wenn wir den dann bekämpfen müssen. Ja. Es soll ja nicht so lustig werden. Jetzt werden wir hier von der Seite angegriffen. Diese Krähen-Schnebeln. 1 von 20. Sehr gut. Und von wo waren wir angegriffen? Von da oben. Von da oben aus. Wie kommen wir jetzt da hoch? Wahrscheinlich hier rüber. Über das Gerät hier. Im Schienen. Die verglühten Schienen. Jetzt stecke ich hier drin. Ich meine, die Schienen hoch. Warte. Ich kann hier ein Licht ausmachen. Gerade mal das Licht ausmachen. Ja gut, da braucht es ein bisschen Weitsprung. Ja, das ist hier ein Jump'n'Run. Ich muss hier ein bisschen ab und zu mal auf den Chat gucken. Wenn ich hier in den Chat nichts sehe. Wenn ich da mal ein bisschen was vernachlässige im Chat. Verzeiht es mir. Der tut uns vorhin befeuert hier. Irgendwo noch die Krähen-Schnee, die ich übersehen habe. Da hinten war ich, oder? Den habe ich geholt. Dann mal weiter. Spiel gespeichert. Verdammt. Ich stehe im Feuer. So. Nehmt es mir nicht zu übel, wenn ich irgendwas übersehe. Hier mal aufladen. So ist es besser. Ein bisschen Energie. Ich wechsle mich jetzt mal zu dem Kollegen hier. Damit kämpft es sich dann besser. Und können wir notfalls auch noch Leute zerstören. Äh, was. Nicht Leute, sondern Gegenstände hier. Aber die Kollegen können wir leichter besiegen. Ja, das sieht schon eleganter aus. Als mit dem Starten. Ich kenne die Daten. Kann man klicken. Knapp starten. Federmaus. Nicht, dass die noch Corona überträgt. Schnell die Fliedermäuse töten. Sonst gibt es hier noch Corona für Jack. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwelche... Das hier bestimmt alle Krehenschnebel übersehe. Ist ein schwer ausgesprächtes Wort für mich. Ja. Ich habe einen Sprachfehler. Warum zum Geil können die Tonnen einfach... nicht einfach das tun, was sie tun sollen, tot sein? Tja. Das frage ich mich auch. Stand bestimmt Toten. Warum können die Toten nicht das tun, was sie wollen, was sie sollen? Was sie wollen, das tun sie sowieso. Gut. Achso, da gibt es was zu zerstören. Okay, da kommen wir noch nicht hin. Dann müssen wir erstmal hier über die Mauer drüber. Ich übersehe hier bestimmt die Hälfte der Krehenschnebel. Tja, gut. Ist das jetzt so? Ist das jetzt so? Wir müssen damit leben. Ab und an. Ab und an sehe ich einen. Ab und an komme ich ja drauf. Da zum Beispiel. 12 von 20. Ich bin kein guter Jump'n'Run-Spieler. Nein, bisher ist es relativ wenig Jump'n'Run. Also eher ran. Ja gut, ein bisschen hüpfen müssen wir hier noch. An den meisten Strecken laufen wir ja nur. Ja gut, dann müssen wir jetzt weiter. Da oben müssen wir hin. Da ist ein Krehenschnebel und da ist die... Sekunde, ich muss jetzt hier mal ein Update abbrechen. Mein Laptop will wieder updaten. Ah, hier kommen wir hoch. Ah, hier kommen wir hoch. Sehr gut. Da kommen wir auch aufs Dach. 23 von 20. Hier irgendwo noch. Ich sehe hier spontan keinen Krehenschnebel, den wir gesehen hätten. Hier ist noch einer, die uns was sagen will. Ich hoffe, du hast dich gut aufgewärmt und bist bereit für ein wenig Ausdauertraining, Jack. Was Ausdauertraining? Ich und Ausdauer? Auf gar keinen Fall. Du wirst diesen Felsen wegpusten müssen. Und zwar hiermit. Aha, okay. Ich bin gespannt. Ich zerstöre hier erstmal alles, was zerstörbar ist. Schaden kann es nicht. Okay. Ich gehe nochmal nach Krehenschnebeln auch schon mal halten. Nö. Ich sehe hier nichts. Aha. Was machen wir nun? Ach, mit unserem Kopf spielen wir jetzt hier. Mit dem Kopf müssen wir ein Level durchkreuzen. Sehr viel Dynamit. Bomben schleudern. Aha. Erstmal drüber gesprungen. Die müssen wahrscheinlich da hochfeuern. Satz mit X. Bevor die uns noch in die Luft schleudert. Aha. Verstehe. Wir müssen die vielleicht erstmal durch das Level steuern. Okay. So, hier. Das ist eine Zeitbombe. Verdammt. Sicher, dass wir das da nicht hoch befördern sollen? Ja, so hoch kriegen wir das nicht hin. Gestern. Das müssen wir erstmal durch die ganze Map katapultieren. Das darf natürlich auch nicht ins Wasser. Das ist klar. Das ist eine Bombe. Die explodiert nicht mehr, wenn sie ins Wasser gerät. Was? Na komm jetzt hier. Na toll. Das Bombenrätsel, das finde ich hier schon sehr cool. Muss man jetzt hier erstmal drüber bekommen. Na komm. Wir wollen doch strömen. Verdammt, jetzt bin ich ins Wasser gefallen. Das gibt's doch gar nicht. Ach, die Bombe ist drüben. Sehr gut. Solange die Bombe nicht ins Wasser fällt, haben wir hier noch alle Wege offen. Also hier mal rum, dass die so lange bestehen bleibt, die Bombe. Das ist auch ein bisschen... Naja. Normalerweise überleben, warum denn das nicht so lange? Wenn schon der Draht hier, der dort hier am Glühen ist. Hier ist der Hebel. Auch wieder der Zelthebel. Das ist nicht so gut. Ok, da oben geht's weiter. Ach komm, bleibst du hier. Nicht ins Wasser fallen, das wäre jetzt äußerst blöd. Na komm. Gleich da. Gleich gibt's ne fette Explosion. Sehr gut. Explodiert die Mine. Das war doch nicht schlecht. Bombe-Man. Ehronschaft freigeschaltet. Ok. Was können wir da durch, oder was? Am Weg freigeräumt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Keine-Manie-Kledermeise besiegen. Wir brauchen keine Kroo-Witze 20. Weg mit euch. okay da komme ich nicht hoch ist auch keine kräger okay alles krankheitsüberträger hier alles krankheitsüberträger die geraten unter beschuss von allen seiten die blöden ratten hier wir müssen erst mal die federmaus ausschalten sonst ruft die noch bergern was zum geier ich brauche mal was zum aufladen irgendwo ein kessel hier ja sehr gut die kässe sind zum glück sehr hilfreich aufgestellt sehr passend an sehr passenden stellen wie gesagt wenn hier irgendwo im krähen stabel sieht an dem ich vorbeilaufen nicht komplett übersehen habe könnt das gerne mal melden einfach in den chat schreiben ja wenn du die stream aufzeichnung dann seht und das dann in die kommentare schreibt dann ja könnt ihr gerne machen aber es dann ein wenig zu spät nein 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 ich weiß was du gerade denkst ich könnte diese loch benutzen um schneller hier raus zu kommen oder wenn dieser im kranarien vogel sich nicht gleich in den schnabel stopft stopp ich mit stopp ich mit seinen federn ein kissen raus gut eine fahrt in diesem alten wagen würde uns alle umbringen seit wann triffst du dir die entscheidung gut bei nachbarn wird was in die wand gehämmert das hört sich gerade komisch an ich hoffe ihr hört auf die hört er es auch ich hoffe ihr hört das nicht zu laut es hat mich gerade ein bisschen irritiert beim text vorlesen wenn es nicht aus dem spiel kam seltsame geräusche es braucht schon mehr als diese rostige alte saaten büchse um mich zu erledigen dieses verhalten wird in deinem zeugnis vermerkt jack du bist doch los geht's okay ein logrenfahrt ach du schreck gut festhalten wir müssen wahrscheinlich steuern hier springen einfach steuern sehr cool ich versuche mich mal nicht durch die hämmergerüche irritieren zu lassen da schlägt der nachbar gerade einen nagel in die wand oder mehrere lass doch doch nicht irritieren falls sie das hört gehört nicht zum spiel ist so man in einem mehrfamilienhaus wohnt also was heißt mehrfamilienhaus normales normales haus mit einer wohnung ich habe halt nur eine wohnung da wo noch andere leute mit in nachbar wohnungen so der große jack ist elf mal gestorben das gehört halt stark mit dazu so reich und berühmt bin ich noch nicht dass ich meine eigene villa kaufen kann wo dann keine geräusche von nebenan kommen muss man mit leben so hops jetzt war ich gerade eben unkonzentriert deshalb bin ich da gestorben das kregen wir doch hin second try na komm mir doch gelacht flammt wenn du für jeden tot ich kann das so schnell nicht lesen sorry das müsst ihr dann lesen ich lese die der spiel ist nicht mehr vor schaffe ich eh nicht müsst ihr dann einfach lesen ich bin langsam leser so schnell kann ich das nicht vorlesen na komm wir bloß nicht von den schienen fallen dritter versuche erst ja komm ich bitte euch first try halt also first try mit ü nicht mit i uha hier geht es schnell weg ab durch die minen da findet man sich gleich zu hause als zwerg hoch geht es hinauf oha jetzt wird es fies sehe ich ja gar nicht wo wir hier hin steuern ach komm ich bin noch gesprungen bloß leider zu früh zu früh zu früh bin ich auch aber ja nochmal von vorne Fehlerversuch wenn ich richtig gezählt habe 13 tot haben wir jetzt das ist doch eine gute zahl hier für das spiel gut festhalten ich hoffe ihr seid nicht aber glaub ich Ansonsten muss ich hier schnell nochmal sterben Damit die 13 schnell verschwindet Damit hier keinen abgablichen Zuschauer verscheichert Ja, habe ich nur für euch gemacht Damit die 14 immer auftaucht Absicht Selbstverständlich als Absicht Ich will euch ja nur zeigen, an welchen Stellen man so alles sterben kann Das ist jetzt hier alles zu Demonstrationszwecken für das Let's Play Ihr versteht Das gehört ja mit dazu Ich muss ja hier alle Aspekte des Spiels zeigen Das ist gar keine volle Ausrede Das ist so Man muss ja auch ein paar Tote zeigen Das gehört dazu Das ist ein langweilig Netzplay ohne Tote Wenn man das nur einmal machen würde Fürst 2 wäre es doch langweilig Ganz ehrlich, das ist doch hier Da wären wir doch so schnell durch mit dem Spiel Wenn wir das fürst 2 alles schaffen würden Das wollte er doch auch nicht Ich wollte doch hier eine Weile was von haben, oder? Für den End-Boss-Kampf mit dem Hexer am Ende Wovon mir Moly schon erzählt hat, der das schon durch hat Da werde ich eh 5-6 Parts viel brauchen für den Einkampf Ja Es wird dann So 3-4 Streams Für den Einkampf Und wird dann spaßig Muss man dann schauen, wie man das schneidet Nicht daneben springen Irgendwann schaffen wir es Ja komm Das ist prinzipiell nur Leertaste und Linke Maustaste drücken So schwer ist das nicht Das kriegen wir hin Das ist ein bisschen Multitasking Geschafft Sehr gut Langscha freigeschaltet Fahrprüfung Triggern War nicht nötig, aber zum Speichern War es mal was wert Hier noch nach Krähen schneebeln aufschau halten Ich sehe nichts Ich bin nach Krähen verscheuchen Hier auf der anderen Seite schon mal was Erne Dinge Erste Fledermaus Der Skelette Fledermaus greift uns nämlich von oben an Das ist nicht so toll Das habe ich in den Wald in den Brand gesetzt Im Waldbrand Jau Hier ist keine Krähe oben Kein Krähen schnabel Das glaube ich ja kaum 16 Mal sind wir schon gestorben Jau Erste Fledermaus Basin damit sonst nicht von oben Die Strahle abschießen kann Oh hier ist ein Krähen schnabel Krähen schnabel Sehr gut 4 von 20 Der geht es dann weiter mit dem Level Oder was Das ist ein Skeletikopflichter Ich hielt es gerade für einen Krähen schnabel Okay Jetzt hier hoch oder? Nein Hätte ich nur rüber gemüsst Einmal auf das andere Nicht aufs Dach Sondern auf den anderen Steg Aufs Platz drauf Na komm Hier der Maus Nebenbei auch die Skelette besiegt Okay Der Schnabel war eng gesorgt Engel Sammelt Regen kann auch nicht mehr Ich bin irgendwie heute Nicht nur heute Aber gerade besonders bei dem Lämpfung aufs nächste Brett zu springen Was fängt denn hier mal an zu brennen? Ich blick's nicht was da hier mal Steht da irgendwie eine Lampe Die wir ausgelöst haben Dass der Jack immer hier alles in Brand setzen muss Der alte Brandstifter Ach komm Da standen wir doch schon drüben Was willst du denn jetzt hier von mir spielen? Was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Und das Level, das schaffen wir heute schon noch, oder? Das wäre glaube ich ein Ziel Das Level hier zu beenden Das wird auf Dauer leider nichts sein Ach komm Wenn man es mit Doppelsprung versucht Dann klappt es nicht Wenn man es mit Einfachem Sprung versucht Dann klappt es auch nicht Und dann immer wieder nehmen Immer wieder hier diese Kämpfer Was soll denn der Mist? Immer wieder hier von vorne Na komm Das Dach können wir nicht drauf Das ist blockiert Trau mich gar nicht Ach komm Ich fahr doch drüben Das ist doch nicht wahr Scheiße ich jetzt an dem einfachen Sprung hier Das ist ja hier Das kann man ja können zumuten Das kann ich doch meinen Zuschauer nicht zumuten Jetzt sterbe ich ja bei diesem Skelett hier Ist doch nicht wahr Ich gehe mich mal kurz hellen Wäre nicht schlecht Müssen wir denn da überhaupt lang oder Müssen wir da hoch oder Wie sieht das jetzt aus Ich dachte wir hier in die falsche Richtung laufen Das sieht leider so aus Als müssten wir dort lang Ich kann mich auch irren Aber Sieht verdammt danach aus Jetzt sind wir hier Na komm jetzt hier Yay ich hab den Sprung geschafft Mein Dops kaum Jetzt hier drüben verrecken Ich will das Level nicht nochmal von vorne machen So sehr gut Ich Kamera Ich bin sicher Ich bin sicher Ich bin sicher Ich bin Follow inspiring